Das ist genau so, wie immer, dass das Video gewesen steht. Vielen Dank. 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 Ich bin der David, neben mir ist der Nico, Leonard, Ferns, Lena, Gennart und damit haben wir auch den Trupp voll. Und damit viel Spaß mit dem Video. Haut rein. Wow. Wow. Also hier kann ich nicht empfehlen, weiter zu laufen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es auch machen soll. Das ist Keramik. Ich weiß nicht. 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 Nein. Ja, ich sehe es. Geil, okay. Ich weiß nicht. 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 Das ist der Zug. so eine Art Aufenthaltsraum. Ich hoffe, man kann es sehen. Stühle. Eine Säule. Hier ist sogar noch ein alter Computer da. Geil. Krass. Und eine Kaffeemaschine. Alter Mülleimer. Und hier noch ein alter Kleiderschrank. Mit der Jacke. Und Achtung, jetzt. Ich hoffe, er ist nicht dran gestorben. Er sieht krass aus. Das ist eine kranke Scheiße. Der Wahnsinn. Ey, guck mal. Der sieht aus wie Hirnambutiert. Ich will den gar nicht anfassen. Ich glaube nicht, dass der echt ist. Der wird bestimmt nicht echt sein. Der hat Sicherheit nicht. Nee. Guck mir mal von unten an. Boah, ich habe von unten echt gedacht. Also von vorne ist das Ding echt. Oder die Nase. Guck mal, die Nase rein. Sieht das richtig verwest. Guck mal, richtig. Keine Ahnung, was das für ein Pulver ist. Koks oder so. Oh, die kommt schon mit Rubschrauben. Oh, die Suche dann gerne. Am Ende ist noch das Gehirn drin. Ja, Mann. Okay, jetzt ist es. Ja, denn du. Okay, da siehst du, dass das Ding nicht echt ist. Da kommt sie nur mit Gummi rein. Genau. Es geht viel tiefer runter. Leute, ich gehe jetzt hier die Treppe runter und ich komme ja nicht mal weiter. Ich raste aus. Komplett. Wenn ich die Treppe hier runtergehe, ich dachte, hier ist es irgendwann zu Ende. Hier geht es nochmal ein ganzes Stockwerk tiefer unter Wasser. Wie wenn man ein Schiff findet, das unter Wasser. Leute, zieht euch das rein, wie hoch das Wasser hier ist. Da geht es einfach nochmal, keine Ahnung, drei Meter nach unten oder fünf. Krass. Da geht es nach der Treppe geht es nochmal. Ja. Geil. Ich komme gar nicht mal aus der Erfassung raus. Ich finde auch keine neuen Horten mehr, aber es ist einfach undefinierbar. Einfach mal ein Gelände findet, wo noch alles teilweise drin ist. Also das ist einfach nur sagenhaft. Hier sind noch die ganzen fertigen Teile hier. So Art. Wie beschreibe ich es am besten? Aus Keramik so. Stehen noch so Zahlen. Wie viel Gramm von was? Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Wenn ihr was wisst, bitte gerne. Ich kann die Kommis unten reinschreiben. So. Zack. Wird er so Art Proben oder man konnte irgendwie ich kann es selber nicht beschreiben, für was es gut war. Wenn ihr was wisst, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Das flasht mich gerade. Hier ist einfach noch alles da. Aber ich hatte schon lange kein Gelände mehr, wo man alles noch vor Ort gefunden hat. Es sieht aus wie so Wachs. Es ist auch alles so aus Keramik gemacht. So Rollen. Krass. Krass. Noch mal einen Blick hier drauf. Krass. Hier das Ding. Das ist ja schon ein Gefühl von 100 Jahren. die schränke die ganzen unterlagen hier noch leute guckt euch das machen von 65 von 64 krass alter dafür ist hier alles zugeschüttet bis zum geht nicht mehr das erinnert mich auch noch hier war ich einmal drin gewesen da vorne ist dann dieses wie will ich sagen dieser gang wo ich dann in freie luft war hier haben wir übrigens die brennkammern wie ihr es erkennen könnt die wollte ich euch auch gerade mal zeigen also das sind hier diese brennkammern ich glaube ich nehme mal den rucksack ab oder geh mal hin immer den rucksack bitte ab leonard ich finde es krass wie der bern sich da durchkämpft krass krass ich bin selber so geflasht ich muss euch das mal zeigen ich seht ihr das da hinten ist noch ein förderband hier unten drunter ist vielleicht gerade mal so 25 jahre alt und hier krass der nico kommt schon her alter geil ich muss mir das erst mal angucken gucken dass der boden fest ist leute guckt mal könnt ihr da was erkennen schade findet meine taschen aber gerade auch nicht das ist einfach mega geil ich muss mal die kamerasicht ändern so die kamerasicht wird geändert da unten sind noch treppen da geht es einfach noch viel weiter das gelände ist riesengroß schaltschränke da ist wie ihr gerade gesehen habt noch dieses förderband alter und hier so eine riesen drehkranz was war hier drauf gesessen ich glaube du warst das oder ach so oder warst du das leonard das war der nico spaß da geht es einfach noch weiter da geht es dann leider hoch mit lauter kletteraktionen alle sind hier motiviert ein heidenspaß so sieht jetzt hier unten aus krass also schon bombe jetzt haben wir gerade mal uns im bild und hier haben wir noch weitere brennöfen im hintergrund jetzt bin ich hier hängen geblieben viel spannen weiter habe ich gar nicht hier leonard kann es gerade noch mal aufmachen ein bisschen genau da seht ihr hier im hintergrund noch einen weiteren von den ganzen brennöfen und hier ist alles voll davon krass ey wir sind sowas von gefühlerschen hier drin das gelände ist einfach riesengroß ey der wahnsinn einfach nur hammergeil aber man muss auch aufpassen weil hier geht es überall auch ganz schnell mal nach unten so leute ich hoffe ihr hört nicht ich kann aber nicht laut reden wir haben jetzt ein kleines und zwar security auf dem gelände und die haben auch schon den nico den band die lena und den kenny rausgefischt die wollen zwar noch mal reinkommen aber wir sind weil wir ein bisschen leiser waren noch drinnen und ich will auch nicht brechen ich hab da drückt noch die große halle die will ich euch eigentlich noch zeigen ich schleiche mich jetzt mal durch das obere gelände da sind ständig autos für mich hoff die polizeistation ist ja auch in der nähe ich hoffe die polizei kommt nicht und falls habe nicht ein problem es bleibt auf jeden tag und bleibt dran herzlich willkommen zurück auf meinem kanal und hier seid ihr live bei der spannung viel Spaß mit dem video wir kommen runter oh da kommt schon der hubschrauber von der polizei momentan sind wir im fluchtbereich also die security laufen hier auf dem ganzen gelände herum oh wie schwarzen der schon essen oh ja ja ich sehe auch oh 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 oh